Ihr seid leider krank und könnt nicht auf der Abstand gehen. Wir wissen, ihr schaut heute, wenn ihr am Krankheitsfall müsst, viel gehen. Bei einer Absenz von 1 bis 2D braucht ihr über der CNS keinen Krankenschein heranzurechnen. Wichtig ist auch, ihr braucht den CNS nicht umzurufen, für ihr Absenz mal zu wählen. Nicht auf dem dritten Tag von eurer Absenz geht der Krankenschein für CNS obligatorisch. Da wird es recht gesagt, fiel, dass ihr Employer optimieren darf, in ihrer Absenz muss Bescheid gesucht kriegen, dann entweder per Telefon oder schriftlich. Prinzipiell ist der Krankenschein auch durchreicht ab dem dritten Tag obligatorisch. Weiter Info in der Zeit von der Obgiché.galu Der Krankenschein zuletzt durchführt drei Volleyen. Im ersten Volley sind die Rosane, für CNS, die Gehlen, für den Employer und die Geringen, für ihr Stalper. Ihr könnt eure Krankenschein ganz gerne per E-Mail und CNS schicken. Vergiss dabei auch nicht, ihre Matriküle an das Sujet zu schreiben.